Vielen Dank an Anna Kava und an alle die, die das auf die Beine gestellt haben. Es ist wie jedes Jahr super. Ich komme aus Braunschweig und das Magni-Fest ist für mich auch ein Teil Braunschweig. In einem Jahr ist es immer so, trifft man alle Leute, die man länger nicht gesehen hat. Super. Ja, ich freue mich wieder, Freunde zu treffen, die Atmosphäre, die hier ist, auf die Bands natürlich, auf die Musik, alles. Ich glaube, wir sind eigentlich jedes Jahr auf dem Magni-Fest, weil es immer eine tolle Gelegenheit ist, alte Bekannte zu treffen und einfach ein bisschen abzufeiern und Braunschweig zu erleben. Wir sind ungefähr zum sechsten Mal hier. Ja, genau. Wenn ich dich nicht wahrstehe, weil ich's mehr auf dich schreibe, steh ich nicht mehr seh. Braunschweig.